Liebe Freunde, das hier ist Lucy, wie wir sicher alle wissen. Und das hier ist der André, wie wir sicher alle nicht wissen. Und wir zwei sind inzwischen seit fünf Jahren ein Duo. Ein unzerdrängliches Duo. Ja, ist gut, Lucy. In diesen fünf Jahren haben wir schon ganz viele coole Sachen erlebt. Zum Beispiel, wir waren an Firmenanlässen. Die Firmen gibt es heute alle noch. Wir waren an Geburtstagspartys. Die Leute lesen heute alle noch. Und wir waren an verschiedenen Hochzeiten. Die Leute sind heute alle noch gesehen. Genau. So ist das. Also, wir würden jetzt nicht so weit kommen und sagen, dass er an uns liegt. Nein, nein. Also so sind wir den Lügen. Nein, nein, nein. Unter uns gesagt, es liegt nur an mir. Okay, ja, sehen wir das. Auf jeden Fall, wir sind an einem Radio gekommen. Oh. Und einmal hatten wir eine Rotation. In was? Eine Rotation. Eine Rotation? Mhm. Du meinst schon wahrscheinlich eine Moderation? Ja, keine Idee. Ja genau, wir hatten eine Moderation an einer Unterhaltungssober. Also gesehen, wir haben schon viele Sachen gemacht. Aber etwas war natürlich ganz cool. Was haben wir gemacht? Wir haben dann die CD rausgegeben. Ja, die CD noch. Also da bin ich drauf, hm? Hm? Du, wer ist das noch da drauf? Ja, ist gut. Jetzt bin ich, gell? Und die CD, die kann ich nicht hören, gell? Hm? Gut. Also da kommt jetzt dran nichts. Aber die anderen funktionieren sicher nicht. Genau. Und wir haben gefunden gehabt, zur Feier des Tages tun wir eine CD verschenken. Hm. Wir zahlen vorher keine Geschenke. Wir haben schon das Geschenke nur mit uns selber, gell? Mhm. Ja, das funktioniert ganz einfach. Wie machen wir das, Lucy? Einfach ein E-Mail schicken an uns, hm? Und dann werden wir eins auslosen. Genau. Einfach ein E-Mail an uns bis Ende Woche. Dann werden wir eine CD von diesen anderen verlosen. Ja, das wäre es eigentlich schon. Ganz einfach und easy. Viel Glück miteinander und dieses andere Mal. Tschüss zene. Tschüss zene. Ciao. Tschüss zene. Die dinge sind ipot Roland auf dem weird. Sehr Planter. Tone. Ich hole dir weiter denurious Part. Ich hole dir mehr weiterter. Aus das Wasser. Dass vielleicht was ich going estrut mal. Eine Möglichkeit. Versuch. Du siehst. Ammer.